Was geht? Willkommen zu Go-Simulator. Ich kann lecken. Ey, was? Alter! Flieg weg! Jui! Kann man die Leute umhauen? Alter! Alter! Oh! Alter! Wollen wir das wieder ausmachen? Juhu! 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 Was kann man denn hier noch machen? Was ist das denn? Kann ich dich mitnehmen? Drück! Alter! Ja! Was ist das für ein Spiel? Was ist das? Soda! Kann ich dich wieder loslassen? Kann ich dich wieder loslassen? Ja, kann ich. Hey! Kann ich das abschlecken? Ups! Also was kann ich jetzt damit machen? Hier willst du einen haben? Lecker ist das! Hier! Trink mal! Ey! Ui! So, kann man da hier hoch? Glaub schon! Warte mal! Mein Kopf! Schnell! Kann ich weitergehen? Schnell! Kann ich weitergehen? Juhu! 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 Komm mit, mein bester Freund! Was? Hallöchen! Ah! Mama! Warte mal! Warte mal! Ach nee! Ist klar, ne? Komm mit! Geht nicht! Ist hier ne Party! Heulst du? Tschüss! Juhu! Komm mit! Komm mit! Pfff! Was machst du da? Oh mein Gott! Die Beine stecken drin fest! Warum ist er jetzt? Komm her! Komm mit! Wui! Wui! Alter! Los kommt her ihr Ziegen! Könnt auch gar nichts gegen mich! Schst! Ach ja ne! Schst! Schst! Juhu! Warte! Juhu! Yeah! Warte mal! Dann darf ich mal loslassen! Los! Stehbleiben! Los! Stehbleiben! Bist gerade ins Wasser gerannt? Wow! Bist gerade ins Wasser gerannt? Was ist das hier? Was? Die vor... Hallo? Ist da jemand? Hier ist ein Pferd! Was ist das? Nicht kann man nicht... Was ist das? Hallöchen! Ist hier jemand? Ach ne! Alter! Ist das gruselig! Darf hier raus? Ach du Kacke! Was ist das hier? Oh cool! Warum tanzen die? Selbst ein... Ja... Im Wassertanz! Stirb! Ne kann ich hier nicht! Hallo? Was ist das hier? Oh ja! Ne ist es nicht! Alles weg hier! Hier! Oh! Hier ist ein Questgeber! Hier ist ein Questgeber! Was ist der? Ähm... Warte mal! Ähm... Was haben die? Was haben die? Das hast du... Ja! Oh! Alter! Was ist das für ein Spiel? Hier ist ein Questgeber, der ertrinkt! Oh! Oh! Huhn! Questgeber ertrinkt! Was ist das? Neues! Hier! Echt jetzt? Ich muss nur... Äh! Hä? Was machen die denn da? Einer läuft wie ein Huhn, einer läuft wie ein Hund! Was habt ihr? Was habt ihr? Geht nicht! Darf ich mal was machen? Geh! Kannst du sterben? Hä? Alter, was ist das hier? Außerdem... Was ist das für eine Musik? Die ist gruselig! Hallo? Oh! Frühstück! Yeah! Yummy! Bett! Komm her! Hier ist ein Bett zu verkaufen! Wer will ein Bett haben? Wo ist denn das Bett? Ja ne, ist klar! Das hängt da noch fest, ne? Komm schon Bettchen! Weder nicht, dann eben nicht! Kann man hier hoch? Ja! Gott! Ich will aufhören! Ähm... Was ist das? Verdammt! Was? Gut, ich will mal hier sein! Das geht neu... Was? Huuu! Huuu! Alter, wie sie steckt weg? Was? Uahhhh Partyiii! Huuu! 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 Oh! Ähm, lebst du noch? Hä? Äh, nee, ist klar. Das ist die bekloppteste Spiel, was es gibt. Die singen hier so ein komisches Lied. Äh, nee. Aua. Steh doch auf. Hallo? Da ist ein Tempel. Tempel Rush. Da ist eine Brücke. Und das ist diese komische Ziege, die da irgendwie dagegen läuft oder die jetzt zurückgeht. Oh, da tanzt jemand. Da gehe ich doch mal hin. Servant. Ja. Oh, Hinkzi. Sieh doch. Ui. Klafflo. Uah. Wow. Kann ich auch sterben? Ich schlöcke euch. Ich schlöcke euch tot. Komm mit. Ja, nee, ist klar. Ich leck die mit mir. Die Leck ist mit meiner Macht. Ach, wie geil. Äh, was? Was eins? Keine Ahnung. Ah. Hilf mir. Ich raus, Ziege. Kann ich Wände hoch? Oh, ich dachte gerade schon geile Wände hochgehen. Komm her. Nein. Ach, geil. Wow. Was ist gerade passiert? Bin ich hier gerade so gegengelaufen? Ach, wie geil. Guck mal, ich kann hier hoch. Ähm. Ich kann Wände hochklettern. Warte mal. Aha, mein Kopf. Los. Ui. Hallo? Uah. Stürmer. Kann ich dich zerstören? Uhu. Ah, was? Oh mein Gott, ist der weit weggeflogen. Ähm. Hallöchen. Du läufst gegen den Zaun, bist du schon unten? Hm? Hallo, jemand zu Haus? Guck mal. Kann ich die Kerze abschlecken? Ist klar, ne? Ich hab ne Kerze. Hääääh. Alles erstören. Die Musik ist ab... Ähm, hallo? Da hängt einfach so ein Ding in mir. Hüpf doch. Oh, ich dachte gerade, ich kann die Wand hochklettern. Ey, tut mir leid. Tschüss. Tschüss. Volleyball. Oh ja, hier war ich schon. Kann ich hoch? Ja. Oh, hier. Oh. Warte. Yay. Ich guck nicht. Oh. Ist da... Warum ist hier ein Apfel? Hier ist auch ein Apfel. Achso, ich trete die weg, oder was? Ich bin da leider ein Apfel. Ich hab Hunger. Oh, lecker, lecker, lecker. Hier will man einen Apfel. Darf ich mich nicht mit dem Apfel hauen. Darf ich mich mit dem Apfel gehauen? Oh, hier. Ah, hier sieht man auch die Quelle. Hüpf. Das tut mir leid jetzt. So, jetzt klettern wir mal hier die Wände hoch. Kann man das nicht? Du hast eine... Oh ja, cool. Cool. Hä, war ich hier nicht gerade eben schon? Ah, cool. Ah, ha, ha. Tschüss. Hallo? Ähm. Ey, seid ihr so bekloppt und läuft gegen Zäune und fährt um? Alter! Warte mal. Ich baue mal hier ab. Jetzt kannst du weitergehen. Stell auf. Ähm, du hast... Was? Hier sind nur Leute umgefallen wegen so einem Zaun, ne? Mir ist auch noch nicht gefällt. Ja. Ähm, tut mir leid, das wollte ich nicht. Warte mal auf ein Schloss. War ich da nicht dran gehen? Äh. Hä? Äh. Ja. Ähm, darf ich was machen? Schimmeln. Ein Ritter. Oh, geil. So, Leute. Das war mal meine kleine Vertretung, während ich hier am Renovieren bin. Das ist der... Uguhui nennt er sich. Und ich hoffe, die Folge hat euch auf jeden Fall gefallen. Äh, zeigt es ihm mit einem Daumen nach oben, wenn ihr cool fandet, was er da gemacht hat. Er hat ganze sieben Jahre alt. Ich fand's cool. Er war eine Vertretung. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Euer Nordi und Uguhui. Ciao. Ciao.